Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Final Fantasy X. Es geht wieder weiter, das letzte Mal, ups, kürzer, das letzte Mal haben wir, äh, Jibo versucht zu besiegen, und sind gescheitert, jetzt werden wir das nochmal versuchen, aber ich habe zuerst noch ein bisschen trainiert, Yuna ist jetzt auf gleicher Stufe wie Vaka und Vaka hat jetzt auch über die 24.000 Leben, und beide Werte sind voll, oh, die Rücken habe ich aber nichts geändert, sie hat sogar ein bisschen was verloren, weil ich halt die Sachen aufgelöst habe, und neu gemacht habe, wie zum Beispiel hier dieses Trefferfeld, aber er braucht ja nicht wirklich, er hat schon voll. Und hier noch ein Angriffsfeld, aber es braucht er auch nicht wirklich. Und ich habe auch noch Tidus ein bisschen hochgelevelt, dass er wenigstens, äh, die Angriffskraft, Abwehrkraft und so hoch hat, da wir dann einen Boss besiegen können hier, um das, ähm, zu, äh, ein Item zu kriegen, als Ausrüstung mit einem Startwert, wie zum Beispiel mit Schleife oder so, aber das hat nicht gut funktioniert. Also müsste er nicht unbedingt live sein, das hätte auch was anderes sein können, von meiner Ausrüstung, die ich immer nehme. Aber ja, wir gehen jetzt einfach mal versuchen, der Jochimbo wieder zu töten. Ich kann wieder keine Stay-State machen, oder so, das ist immer noch ein bisschen nervig, aber mal gucken, was daraus wird. Ich kann das hier noch einmal speichern. Eigentlich sollte es funktionieren, weil jetzt kann ich einen Wokitsashi von ihm überleben. Ich will doch einfach nur mit dem Tag reden. Mal gucken, wenn wir den besiegt haben, dann haben wir schon fast alles geschafft. Dann fehlt nicht mehr viel. Ich hätte mir jetzt echt gedacht, dass der immer einfacher wird, aber nein, wieder nicht. Der ist immer gleich schwer. Blablabla. Ja, ja. Ach, ja, und sie, Juna hat jetzt auch noch die Ausrüstung. Mit Auto-Felix live, Auto-Hausen, Hab-Exponder. Also, dann geht's los. Die Einzige, die kein Host hat, ist jetzt. Reku. Du kannst ihm anreihen. Am Anfang einfach mal Schutzengel draufwerfen. Dann ... Wird auch alles auf jer. Der bleibt ja auch ein oder beide? Das ist schon sehr. Beide? Wow. Du kannst einfach weiter rangehen. Ich weiss gar nicht, wie viele Leben es eigentlich gibt. 13.000, also lieber Schutzengel zuerst drauf tun, dann... Das ist schon mal ein schlechter Start. Willst du mich auf den Arm nehmen? Sie seht schon, jetzt werde ich den Mega-Phoenix benutzen, dann mal gleich einfach nochmal Waki-Sashi. Ah, okay, immerhin. Immerhin. Ich weiß halt nicht, wie lange es dauert. Er ist schon mal in seinem Verteidigungsmodus, also ist schon mal einiges besser als sonst. So, jetzt werde ich auch einen Schutzengel geben. Kannst du jetzt auch einen Schutzengel geben? Kannst du jetzt auch einen Schutzengel geben? Ah ja, tut nochmal angreifen. Kannst du es bitte wie grau auf ihn machen? Ich glaube, ich glaube, er war ja fast ganz oben. Ah nein, du sollst da anbrechen. Eigentlich solltest du sterben können. Nee, kannst du nicht. Aber jetzt solltest du sterben. Gut. Jetzt solltest du zwei angreifen können, ist das sehr praktisch jetzt. Das ist einfach ungemein. Dunkelkristall und Genji-Band. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Overwatch. So, speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich speichern darf oder nicht. Aber ich mach's lieber nicht, weil ich weiß, ob ich laden darf. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr gehört habe, wenn ich auf der Seite komme. Und jetzt einfach mal durch angreifen, weil eigentlich sollte sie das wieder vollfüllen. Ja. Das ist ja nicht so angenehm, weil ich weniger Schaden mache. Aber weil es sowieso nur Crit treffen sollte das eigentlich kein Problem sein. Mach dich auch wieder full life? Ja. Waki-Sage, das überlebe ich jetzt. Uh, Juna überlebt das nicht. Überlebt das Juna nicht. Ja. Das ist jetzt meine Frage. Das gefällt mir nicht. Ich frage es dir noch, wann kann ich ihn angreifen und töten? Wann nicht? Uh, das hat sogar überlebt. Ja, das wird zu töten. Ja, das wird zu töten. Ja. Ja. Dachte ich mir. Super-Sphäroid. Ich sparte ein bisschen Sachen, aber sonst, naja. Scheinbar funktioniert das jetzt so. Ich frage es dann nur, wie ich das Markus Trio besiege. Ich glaube, die werden nicht ganz so einfach sein. Und, dass du in meinem Weg hast. Den grünen Raum, was, glaube ich, ist der Ort, ob er ist. Ja. Jetzt geben wir wieder alle Schutzeingeln Ich kann mich nachher mit Items hochheilen, weil ich keine Ahnung habe, ob ich überhaupt wieder zu einem Ding gehen kann Na, es haben beide überlebt, gut Gute Sache, gute Sache Ich weiß, ich hätte es auch hochheilen können, aber ich glaube, angreifen ist doch besser Dr... Ja 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 Sollte hinkommen. Ja, verdammt, ja, das war jetzt los, der Heal. Verlagst du hier, er ist hier, verdammt. Ich mag jetzt so, dass du sterben. Gut. So, jetzt werde ich mich kurz mit. Das große trotzdem 20, ja gut, das merke ich, egal, dem Hochhealen und, bitte noch. So. Ah, jetzt einfach sicherheitshalber, weil ich nicht weiss, ob ich bis zu einem Speichwort komme, aber ich glaube, hier kommt er jetzt nochmals. Ja. Ich dachte nicht, dass ich versprinde. Ah, muss ich das mal anfangen machen. Der gratis Schaden ist schon weg. Nicht so schön, nicht so schön. Ich glaube, das werde ich zuerst mal, weil ich ein schlechtes Gefühl habe, dass ich jetzt verdammt oft Wakizashi machen werde. Okay. Damit habe ich keine Probleme. Wahrscheinlich ist es jetzt gar nichts, weil ich wieder Wakizashi mache. Ich dachte, ja. Aber hey. Ich weiß ja nicht. Man kann es ahnen, aber nicht wissen. Ich habe recht, warum das 97 kostet nicht 99. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Wenn ich Bahamut hole, das macht mit der Ulti nur einmal Schaden. Anima auch mehrmals. Ich weiß, er wird es an Mathe machen. Deswegen. Ach komm. Es kann jetzt wirklich gut sein, dass ich das jetzt gerade mein Spiel damit zerstört habe. Aber mal gucken. Es könnte auch ein Vernichtung sein und nachher ist er weg. Schade. Das hat sehr wenig Schaden macht, wenn ich genau bin. Oder 67.000. Also 1.016.000. Ne, 167.000, oder? Ja, wäre es gewesen. So, eineinhalb Schlage. Aber jetzt bin ich wenigstens mehrmals dran. Das ist gut. Dann werde ich einfach kurz mal mit alten hochheelen. Wahrscheinlich ist es gar nicht nötig, aber ich mache es sicherheitshalber. Sonst muss ich alles nochmals machen. Darauf habe ich keine Lust. Du kannst das angreifen. Ja. Ich denke mal, es ist besser gewesen, als ich es so gemacht habe. Ich werde jetzt riskieren oder nicht riskieren. Das ist ja nicht wohl das richtige riskieren. Ich bin unsicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Egal. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Egal. Boah. Ich würde gerne dafür wissen, dass ich mit ihm Okkstase habe. Aber ich weiß auch genau, dass er mit ihm Okkstase eigentlich gar nicht so viel nutzt. Weil ich sowieso fehlen werde. das macht bitte doch nicht von anfangs danke das ist sogar das schlimmste was er machen kann sie kriegt gar nicht immer ob sie trifft dafür das ist gut er kriegt immer noch etwas was überhaupt nicht schlimm ist das wird schnell gehen es ist bisher ist es die perfekte runde dass er weitergeht ist die gute frage ist macht er wahrscheinlich war okay das scheint die perfekte runde zu sein das müsste er dann tot sein kommt große frage soll ich jetzt nicht zu töten gut gut so gut so kriegt riesen stapp zauber konnte das ist nicht so schlecht dem agskolibur konto und hit expander das ist eben so dass das schon fast verdammt gut ist es ist so wie man ultima schwörter fällt ein teil und das ist ein ausreichend und zauber konnte gut damit hätten wir das schwarze jimbo hinter uns und jetzt kommt das magus trio das ist die jose strassen oder fungustal ja genau weil hier gibt es ja diese schöne abkürzung ist dort hinten ist noch speichern soll ich weiss nicht egal wenn ich jetzt weiterlaufen komme ich dann bald zum magus trio und zwar hier die lassen aber noch die chance ok was genau hätte ich es da machen soll was zur hölle die haben aber nicht immer hinterhalt oder ich könnte sagen wenn ich in die reingelaufen bin also ja ja aber konnte die einzelnen töten ich habe doch gesehen wie ich das machen soll wie es aussieht ist das ich mache es mir lieber einfach will das mal noch beendet haben also werden sie einzeln besiegen und 1 weg zu laufen okay dann versuche ich das doch mal mal kann alle drei gleichzeitig besiegen ist scheint ist ein hauptproblem durch dass die gegner halt reise und wenn sie alle gleichzeitig angreifen und dann sind sie halt dran du bist dran und so weiter ist das nicht so normalerweise im einen angriff von ihm da hast du dreimal mindestens angreifen hier sind drei angriffe des gegners das macht zum einiges schwerer so das war jetzt mit davon laufen also es war so ist es davon gelaufen das geht noch mal zu denen zurück wahrscheinlich meins mehr so dass zum beispiel den einen dort hinten angreifen oder sonstiger sind ja auch ja dann scheint es wieder zurück gesetzt zu haben Wenn ich jetzt nur auf dich gehe, nein, dann kommen wieder alle drei, aber dieses Mal haben sie keinen Hinterhalt, ok, ich werde was für's kann, wow, du kannst schon mal Vorbereit mit Schubsägen, der kann sogar noch einmal, das ist auch außenrum, das ist dämlich, jetzt soll ich mit dir was beschwören, es wird empfohlen, das Magistrier zu beschwören Fluchtes Faroes, wow, mal gucken, vielleicht weiß ich, dass ich sie wohl doch zu dreht, aber es, je nachdem funktioniert es nicht Ist jetzt sowieso alle tot, ich weiß Gut Ich könnte einfach weiter angreifen, wow Ich werde jetzt gar nicht so groß auf Schutzengel gehen, also mit der Reku, das ist einfach ein Grund, dass sie mit Phönixfeder meistens auch noch reden können Also das müsste immer ein Kill, das habe ich verstanden, oder? Eigentlich macht das ja gar nicht so viel Schaden Eigentlich macht das ja gar nicht so viel Schaden Ich glaube, keiner von denen hat auf alle einen Angriff, und der kann MP-Wex tun Das ist nicht so angenehm Ich werde einfach extrem viel Dinge durchgehen müssen Sobald eben einer komplett tot ist, können sie auch keine Dreisbeziehung mehr machen, und das ist mein momentanes Ziel, unter anderem Ja, das war nutzlos, was ich gerade gemacht habe, ich weiß Kannst du mal sterben, bitte Oh shit Hat sie gerade ihre Ekstase alleine benutzt mit dem? Ist das so? Oh shit Oh shit Dann versuchen wir das nochmal mit dem Tränen Dann versuchen wir das nochmal mit dem Tränen Ich habe das Gefühl, einzeln sollen die wirklich verdammt einfach sein EBS Alles können die gewisse alles Woho! What? Ich verstehe dich ganz. Ich verstehe, dass ein kleiner ist am schnellsten und so weiter und so fort. Aber sonst verstehe ich dann nicht allzu viel, wie das gehen soll. Ah, shit. Ich habe gross gefehlt. Ich hätte mit Yuna noch Dings machen müssen. Ah. Ah, gut. Töte mich halt noch mal. Es dauert einfach so lange jedes Mal. Das ist das Dämliche daran. Ihr seht was. Ich beende dann hier mal den Port. Ich werde dann wieder hier hingehen und dann, wenn der nächste Port anfängt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.